Hoi meine Lieben, nur ganz kurz, aber wichtig. Ich habe eben etwas hochinteressantes bei meinen Kollegen von NuWiso gesehen. Schaut euch das bitte mal an. Sind Sie iPhone-Besitzer? Ja? Schauen Sie mal nach unter Health, was da steht. Sie sind dort als Organspender eingetragen. Da steht nämlich Organspende, ja. Und zwar vom Werk aus eingegeben. Und wenn Sie da noch nie drin waren, könnte man sich darauf berufen, eines Tages, wenn Sie vielleicht irgendwo eingeliefert werden und der Körper noch warm ist, aber Ihr Hirn schon nicht mehr funktioniert. Ein heißes Thema, Organspende. Ist es nicht Wahnsinn? Ich bin auch iPhone-Besitzer. Ich habe heute leider nicht die Zeit, das nachzurecherchieren. Also ich glaube dem Mann natürlich, dass das da genauso drin steht. Ob iPhone-Besitzer dann aber tatsächlich auch ausgeweidet werden können, so problemlos, das weiß ich natürlich nicht. Bitte recherchiert ihr das mal nach. Recherchiert sauber und schreibt es hier drunter in die Kommentarspalte. Bringt die Schwarmintelligenz zum Rollen, meine Lieben. Bis später.